hallo willkommen zurück zum wolfenstein young blood wir sind in der story machen jetzt einmal die nächste mission weiter weil ich möchte spiel wirklich alles schaffen alle spielen die ganzen missionen wir sind jetzt dabei chemische kriegsführung betritt die kanalisation das regimen will die katakomben mit irgendwas gasfluten oder so was im endeffekt suboptimal ist weil wir hier wohnen und daher wo muss ich hin da sind sie jetzt rolle war so chemische kriegsführung das machen wir mal ich habe da ja meistens ziemlichen munitionsmangel muss auswisten waffen geht auch nicht gerade schnell immer 3 2 1 vollgas wir müssen die frage wo muss ich jetzt hin so schnell ist man die ganze muni wieder los recht viel sieht man durch das visier nicht steppiges waffen wechseln so jetzt jetzt ja nicht abgeliehen kommandant es ist keine soldaten mehr verkündet Ich habe gerade keine Zeit dafür. Okay. Aua! Aua! Ach Gott. Machen wir weiter. Die sind doch auf was... ...saches alle. Wo kommt der her? Boah! Jetzt kurz mein Tonto, weil der ist da oben. Puh! Also rund geht es da immer ordentlich, bis du teppert. Aufklopfen da alles, jawohl. Ah, hier. Betritt die Kanalisation? Naja, das ist ja schon mal was. Gehen wir mal jetzt rein. Ja, die sind aber auch hart, die ganzen Gegner. Nervt mich jetzt schon langsam ein wenig, weil... ...du hackst da rein. Wie deppert. Du fragst riesig viel Mooney. Ja, das ist ja auch so. ... Taschenlampenverbesserung, gibt es auch. Der Waffen-Taschenlampenverbesserung? Warte mal. Das schauen wir sich kurz an. Blitzgewehr? Das sind nur Skins. Was anderes ist das auch. Schwerer Lauf, leichter Lauf. Wo ist die Taschenlampenverbesserung? Oder für welche Waffe? Oder die Körl-Algewendung auf die Pistolen, wo ich sie jetzt auch ausrichten kann. Ich hab so'n Gefühl wie wenn ich jetzt mit dem Waffen vorlieb nehmen muss. Fast sonst. Was sind das für Nazis, bitte? Die könnten überall... Ja. Okay das Fassnich explodiert. Ich höre das Fassnich explodiert. Nichts. Ich höre das Fassnich explodiert. Ich habe hier ein Hammer. Blechbüchsen, Alter. Das gibt's ja nicht. Okay. Ich seh schon. Das wäre jetzt ein bisschen lästig. Am Boden was liegen lassen irgendwo? Na komm mit. Jetzt die Taschenlampe oder Shotgun. Warte mal. Das muss man doch irgendwo hinbringen. Das ist die Shotgun. Nein. 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 Die Taschenlampe. Dann wie ist hier? Geht doch. Das ist bei denen auch. Rotpunkt und Licht. Okay. Nein. Schauen wir mal. Sehr gut. Sehr eng. Ganz ehrlich, wirklich sehr eng. Ja. Ja. Ich bin jetzt da. Was genau. Ah eh. Sprinten nicht gut. Sprinten gar nicht gut. Aus. Das ist so. Ja. Du bist gut. Du bist gut. Das ist gut. Das sieht nicht gut aus. Wunderprechtig. Ich habe da im Endeffekt jetzt die geile Waffe. Kann aber im Endeffekt im Dunkeln nichts machen. Steppert aber da geht es echt rund. Lass mal alles auf. Und wenn wir Papa nicht finden, Tom? Was dann? Sie sind die Bleskowitz-Schwestern Jett. Wenn es so sein sollte, werden wir damit fertig. Na klasse. Und wir werden jetzt gleich wieder alles in die Luft gehen. Was dann? Ach! Das Problem ist, wenn ich die Waffe jetzt wechsle, muss ich immer schauen, dass ich gar keine mit Lampe habe, weil sonst schaue ich ziemlich warm aus. So. Ich habe Bock, das alles so aufzuschlagen. Jetzt muss ich irgendwie da rüberkommen. Aha! Erledigt! Schwesterherz! Wo bist du? Toll! Ich muss hier auszahlen, dass ich die Waffe mitgenommen habe. Alter! Ich könnte sagen, willst du mich verurschen. Keine Ahnung, komm ich da rauf? Los, spring! Nein! Nein, geht nicht! Gut, das hat Leute hin. Da irgendwo unter, ehrlich. Komm! Ich muss mal kurz vorhin, wo ich was sehe, weil ich sehe da nichts. Da war zum Beispiel gerade ein Punkt. Hier. Ja, bleib ruhig da drüben stehen, ist ja gerade rein. Aber jetzt könnte es langsam auch wieder rüberkommen zu mir. Schwesterherz! Alle Waffen durchgeladen? Ja, toll! Alle Waffen durchgeladen? Ja, toll! Passt! Schwesterlein! Ja, jetzt werden die Ultra-Gruppen daherkommen. Und ich werde wieder warm ausschauen da, mit meinen Waffen. Scheiße, ja! Alle Maschinen sind zerstört! Scheiße! 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 Shotgun for the win! Shotgun nicht mehr for the win! Scheiße! Das machst du gut. Stop! So. Gut! Foam! Noch perduste. Iрем g pasado! Wasום! Ich mache jetzt einen Weg, foi, zu los! Wasвой da! Wirklich, verrücka. Sph cherche! Wirklich, oder? Danke, Scheißdach. Nein! Oh! Mit dem... ...Fahren gerade, damit wir am Sprinten, dass das untergeht, ist schon Wart, also... Theoretisch können wir wegporten, also auch. Wäre eh schon wurscht. Map. Theoretisch können wir porten. Oder wir suchen den Ausgang. Weil ich jetzt ehrlich sagen muss, ich graue und passe das. Da haben wir irgendwas... Da kann man doch noch irgendwas... Ah, da... Da kann man doch noch irgendwas machen. Ja, 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 ja. Ist doch... Wird noch das? Höriglich glaube ich aber, dass das im Endeffekt jetzt ja schon vorbei ist. Ihr könnt euch einfach zu reporten. Ihr könnt euch einfach zu reporten. Was ist das? los 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 Ich bin das Level super hinten. Okay. Ich glaube, ich will es auch nicht. Danke, Jess. Pjörne. Schaffst du eine Granate von mir in die Säcke. Puh. Weg. Na bitte, geht doch. Nicht schön, aber selten. Gibt es Neuigkeiten? Ja. Miss Sir. Dank euch müsste das Wasser bald wieder sauber genug zum Trinken sein. Ihr seid so mutig wie euer Vater. Ihr seid großartig. Kommt noch hin. Tja, ein paar andere haben wir noch. War aber eine schöne Mission. Ich sage mal, reicht für das erste. Sonst wird es zu lang wieder mit zwei. Was ist denn das für ein Symbol da? Was ist denn das für die Dailies? Alles klar. Erstmal. Nehmen wir mit. Ja, hier ist angenommen. So. Telemission angenommen. Gibt es neue Missionen da unten. Woher von der? Ja. Hallo. Wir versuchen eine Langwellenübertragung zu senden, um einen Außenposten des Widerstands in den Alpen zu warnen. Aber ich brauche den richtigen Sender. Bitte seht in unserem verlassenen Funkposten nach, in der Kanalisation unter Areal 4 für politische Gefangene. Findet einen Sender und bringt ihn mir. Bonne Chance. Bonne Chance. Nimmer. So. Also wir haben jetzt soweit möglich, finde ich mal, alles erledigt. Für den einen Auftrag. Ich glaube, bei dem einen gibt es nicht mehr viel. Dann laden wir alles nach. Tja. Du musst vorsichtiger sein, Odette. Weißt du was? Mir ist egal, ob ich lebe oder draufgehe. Hauptsache die vom Regime verrennen alle Sachen. Nett. Verstehe. Aber manchmal musst du auch nicht. Gut. Also. Prinzipiell. Der Auftrag ist fertig. Der nächste kommt. Nächster Part. Hi. Alle Disketten. Eieieie. Ne. Was machen wir. So. Passt. Also. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schalt's wieder ein. Nächste Mission. Ich werde schauen, dass jede Mission. Weil die Eie etwas dauert. Jede Mission ein Part. Wir werden alles durchmachen, damit alle Missionen online sind. Ganze Singleplayer. Da dauert auch ein bisschen ziemlich sicher. Aber macht ja nichts. Haben wir was zu tun. Bis zum nächsten Mal. Schalt's wieder ein. Lasst ein Abo da, was dir gefallen hat. Es kommen auch andere Spiele dazwischen. Overwatch. The Cycle. Apex ist ab und zu dabei. Und. Ähm. Ich hoffe es gefällt euch. Kommentiert es. Wenn euch fast nicht gefällt. Kommentiert es. Schreibt es hin. Wenn ihr ein Wunschspiel habt. Schreibt es auch hin. Ich spiele gerne. Ich probiere gerne Indie Games. Sind zwar auf Youtube nicht so beliebt. Weil nicht so bekannt. Das spielt für mich aber keine Rolle. Weil ich einfach aus Leidenschaft spiele. Von daher. Wolfenstein. Ist einfach ein. Legendäres Game von 3D angefangen. Von Wolfenstein 3D. Und. Passt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt viel Spaß. Bei was auch immer. Und. Ciao.